So, wie jede Sendung erfahrt ihr auch heute aktuelles aus der Welt der Menschenrechte. Die Amnesty News hat heute Lena für euch geschrieben und Juliane spricht sie jetzt für euch. Sudan. In Juba, der Hauptstadt Südsudans, wurden durch Regierungstruppen Angehörige der ethnischen Gruppe der NUA getötet, Frauen und Mädchen vergewaltigt und massive Plünderungen begangen. Amnesty International dokumentiert in einem neuen Bericht die vorsätzlichen Tötungen von Zivilisten durch Regierungstruppen. Den UN-Friedenstruppen wirft Amnesty International ein Versagen bezüglich der Situation im Sudan vor. Amnesty International fordert aufgrund der anhaltenden Menschenrechtsverletzung der Regierung ein umfassendes Waffenembargo. Joanne Marina, leitende Beraterin von Amnesty International für Krisenarbeit, ist der Meinung, dass die UN die Pflicht hat, ein solches Embargo zu verhängen, da diese sonst eine Mitschuld an den Verbrechen trägt. Nicht nur Regierungstruppen verstoßen laut Amnesty International gegen die Menschenrechte. Auch oppositionelle Gruppierungen gefährden hilflose Zivilisten. Die Oppositionsgruppe Sudan People's Liberation Army and Opposition drang beispielsweise im Juli 2016 in eine von der UN eingerichtete Schutzzone für Zivilisten ein. In jedem Fall müsse man die Verantwortlichen der Gewalttaten im Sudan zur Rechenschaft ziehen, so Marina. Laut ihr müsse es faire Verfahren und zivile Gerichte geben, damit man der Situation schnellstmöglich ein Ende bereiten kann. Kamerun Im Kamerun ist die Bevölkerung Gefahren von zwei Fronten ausgesetzt. Einerseits stellt die islamisch-terroristische Gruppierung Boko Haram eine akute Gefahr dar. Allein in dem Zeitraum von Juli 2015 bis Juli 2016 hat Boko Haram mehr als 200 Anstiege im Land ausgeübt. Andererseits stellt auch die Armee der Regierung bzw. die Regierung selbst eine zunehmende Bedrohung für die Gesellschaft dar. Die Regierung schränkt aufgrund der zunehmenden Gefahr durch Boko Haram die Freiheiten der Bevölkerung immer weiter ein. Das 2014 verabschiedete Antiterrorgesetz zielt darauf ab, Menschen möglichst einfach und problemlos inhaftieren und in inoffiziellen Hafteinrichtungen foltern zu können. Unter dem Deckmantel der Bekämpfung von terroristischen Gruppen wird die Meinungsfreiheit extrem eingeschränkt. Die Campanierin Balkissa Ideziddo aus der senegalesischen Hauptstadt Dakar fordert deshalb die deutschen Bürgerinnen und Bürger zu einem aktiven Einschreiten in die Außenpolitik Deutschlands auf. Laut ihr sollen die Bürger und Bürgerinnen Deutschlands ihren Außenminister dazu bewegen, die Kooperation mit Kamerun einzustellen. Wenn man den verantwortlichen politischen Akteuren vermittle, dass eine Kooperation mit Kamerun unter diesen Umständen nicht möglich sei, bestehe die Chance auf eine Verbesserung der Situation für die Bevölkerung. Russland Die beiden Ukrainer Stanislav Klik und Mykola Karpiuk wurden am 26. Oktober zu 20 bzw. 22 Jahren Haft aufgrund von angeblichen Morden an russischen Soldatinnen und Soldaten im Tschetschenien-Konflikt verurteilt. Der Prozess entsprach laut Amnesty International nicht den Standards eines fairen Verfahrens. Um Geständnisse der Angeklagten zu erzwingen, wurden die Männer misshandelt und gefoltert. Es gibt außerdem Belege dafür, dass die Beschuldigten während ihrer Inhaftierung keinen Zugang zu Rechtsbeiständen ihrer Wahl hatten. Von einem fairen Prozess kann keine Rede sein. Und deshalb sucht Amnesty International aktuell noch nach Unterstützern des Appells an die Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation. Weitere Informationen sowie das Schreiben an die Staatsanwaltschaft der Russischen Föderation findet ihr unter www.amnesty.de. Vielen Dank. Vielen Dank.